Norddeutscher Rundfunk 2021 Norddeutscher Rundfunk 2021 Norddeutscher Rundfunk 2021 Norddeutscher Rundfunk 2021 So musst du hingehen. Das Buch bitte auf die Seite legen. Okay. Gut. Und wie sicher bist du im Englisch? Ja, ich war schon nicht so gut gewesen. Ich bin aber seit ein bisschen besser geworden. Darum bin ich gespannt. Bis nachher. Das sehen wir ja jetzt. Kannst du mir sagen, was Zeltle auf Englisch heisst? Camping. Was ist die Grundform? To camp. Richtig. Erster Punkt. Was heisst, es macht ihm nichts aus? He doesn't care. Ja, aber das ist nicht das, was ich hören will. He don't worry? Nein. Das wäre he doesn't mind. Aha, ja. Das haben wir doch gelernt. Ja, okay. Kannst du mir zwei andere Worte für Garbage sagen? Ähm, Trash. Waste. 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 Gut, es gäbe schon noch Rubbish. Ah, okay. Oder Liter? Ich habe ja mal gelernt. Ja. Wasser bedeckt mehr als zwei Drittel der Welt. Wasser bedeckt ... ähm ... Water ... Mh. Covers more than ... Two ... Äh, ja. Äh ... Jetzt noch den ganzen Satz. Komm, hopp. Two thirds of the world. Richtig. Es geht ja. Was ist das Gegenteil von safe? I'm safe. Nein, so einfach ist es nicht. In danger. Und wie sagt man das als Adjektiv? Dangerous. Richtig. Das hättest du als auf A hinbekommen. Okay, ja. Und kannst du mir dangerous buchstabieren? D-A-N-G-E-U-R-O-U-S. Mh. E. D-A-N ... Äh ... D-A-N-G-E-R-O-U-S. Gerade noch geredet. Beim zweiten Anlauf. Ja. Es ist noch schwierig, wenn es nicht aufgeschrieben ist. Ja. Was heisst Schlamm auf Englisch? Ähm ... Dirt. Nein, das wäre Dreck. Schlamm. Ist es nicht ... Es wäre ... Mad. Mad. Okay. So. Wie ging es? Ja, es war trotzdem gar nicht so einfach. Du hattest trotzdem ein paar Sachen nicht richtig. Ja, aber du hattest trotzdem ein Fifi. Ah, okay. Sehr gut. So. 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 So.